Hallo und herzlich willkommen zu meinem Abnehmen-Vlog. Hier erwartet euch ein Food Diary, Erfolge, Misserfolge und alles, was zum Thema Abnehmen gehört. Viel Spaß damit! Ja, wie ihr eben schon gehört habt, habe ich jetzt einen Abnehmen-Vlog bzw. ein Food Diary und hier erwartet euch alles, was Essen, Trinken, Sport, Bewegung allgemein, Erfolge, Misserfolge zum Thema Abnehmen betrifft. Wer gucken möchte, kann auch gerne die Playlist abonnieren, die ich jetzt anlegen werde. Am Ende könnt ihr direkt draufklicken und ja, das ist dann die Playlist, da könnt ihr euch die Videos dazu immer angucken, falls euch die anderen Videos nicht interessieren oder falls euch diese Videos nicht interessieren, klickt einfach weg. Ja, es ist schwierig zu erklären, weil manche Leute interessieren sich eben für Abnehmen-Vlogs oder für Food Diaries oder sowas und manche nicht und diese Vlogs hier, diese Abnehmen-Vlogs sind jetzt nur für Essen und Trinken, Bewegungen, wie eben schon erwähnt und was das Thema Abnehmen betrifft, halt eben gesunde Ernährung. Ich werde euch da auch einiges erzählen vom Fernstudium her, was ich da gelernt habe. Und also es wird dann so sein, dass ich wöchentlich ein Video hochladen werde und in diesen Videos seht ihr dann, was ich die Woche gegessen habe und am Ende des Videos sage ich dann, wie mein Wochenfazit ist, ob ich jetzt abgenommen habe, ob ich zugenommen habe und wie ich mich die Woche gefühlt habe. Mal gucken, wie es wird, falls ihr noch Ideen habt, was ich in dem Video mit einfügen könnte. Schreibt es mir doch einfach mal in die Kommentare. Ich denke mal, da kann ich bestimmt noch irgendwas machen, weil momentan, denke ich, ist es jetzt das Wichtigste, dass ich mein Essen aufzeichne, erzähle, wie es so ist, was ich je nachdem an Bewegungen gemacht habe und dann sehen wir einfach mal weiter, würde ich sagen. Und los geht's! Und los geht's!